ladies and gentlemen ein herzliches willkommen zurück heute wieder zu eure kaninchen fotos teil 5 ja teil 5 schon man 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 so leute wir haben wieder kaninchen bekommen dieses mal nicht so viele wie bei den anderen vier teilen ich gucke mal wie viel fotos wir hier haben 51 dateien schätzen wir mal 60 70 kaninchen so auf jeden fall muss das hier eine rasse sein weil das haben wir schon so oft gesehen wir wissen es leider nicht drei farben das sieht mir so ähnlich aus wie so ein holländer ja aber keine ahnung naja guckt mal hier farbenzwerg japaner farbig sieht natürlich so aus jetzt haben wir das problem die japaner sind ja eigentlich gar nicht weiß also haben jetzt nichts weißes mit dabei oder es kann sein dass der das ist ein japaner farbenzwerg war also das elterntier und da wurde irgendein anderes also das weibchen oder rammler hat irgendwas weißes gehabt und da ist nämlich so was draus entstanden hier mal natürlich den reinreißigen farbenzwerg tja so das nächste kaninchen hat ganz schön viel fell ich schätze aber dass das hier in naja nie löwenköpfchen ist es nie weil die ganzen das ganze fell das ist fast gleich lang es könnte sein dass das hier ein teddy ist oder ich denke mal schauen das ist ein teddy wo so wieder japaner farbig man sieht dass hier das hinterteil so japaner farbig ja teddy tja was hat man da also das linke kaninchen ist auf jeden fall in thüringer kaninchen wunderschön die kaninchen auf jeden fall und das hier ist ein deutscher riese chinchilla farbig haben wir auch noch nicht oft so oft gesehen aber schön schön groß und dahinter schwer zu erkennen lange langes fell auf dem kopf könnte wahrscheinlich ein löwenköpfchen sein ist aber ganz schön groß neben so in deutschen riesen wahrscheinlich irgendwas gemischtes leider sieht man es nicht so ganz genau kommen wir zum nächsten foto ja mein bild ist gerade voll vor dem rechten kaninchen aber das kann man erkennen hier das ist jetzt komme ich gerade nicht drauf lo kaninchen ja das ist ein lo kaninchen aber man sieht das ist so ein fünfer wurf wahrscheinlich irgendwas gemischtes weil man sieht die beiden hier sehen sie aus wie japaner farbig ich denke mal hier hier wurde gekreuzt lo kaninchen mit japaner oder zwerg japaner farbig und da ist nämlich sowas daraus entstanden ich würde ich immer empfehlen reine rasen zu holen eindeutig ist das hier gekreuzt worden naja vielleicht tut ja der halter von dem foto hier mal unter das youtube video schreiben das wäre eine gute idee da kann er uns mal sagen was er da gekreuzt hat ja was ist denn das das kaninchen hat fell wechsel man sieht es ja überall ach so ja klar das ist auch ein thüringer der sieht gerade bissel so zerrubt aus weil er ja fell wechsel hat im hintergrund die ohren also die löffel sehen so aus wie rheinische schecke schwer zu erkennen aber dieses kaninchen ist auf jeden fall thüringer hier das nächste foto ist ja wie man sehen kann in der drei farben schecke sieht nicht so aus wie eine rheinische schecke es könnte aber auch sein dass das hier dalmatiner dreifarbig ich glaube das ist ein dalmatiner dreifarbig naja dalmatiner rexe dreifarbig der sieht ein bisschen anders aus warte mal das sieht ein bisschen wie englische schecke aus ich würde eher auf mantel schecke dreifarbig tippen das gucken wir mal hier doch die königs mantel schecke dreifarbige mantel schecke jo cool cooler name auf jeden fall königs mantel schecke könnte man auch könig nennen könig knossi ich komme leider nicht auf den namen das ist auf jeden fall reinrassig das habe ich auf kaninchen ausstellung schon gesehen ich komme bloß nicht auf den namen ja genau genau russenzwerg ich habe eine tolle community die unterstützt mich hier bei twitch zwerg rechse russenfarbig schwarzweiß kann ich mir gar nicht merken zwerg rechse russenfarbig schwarzweiß das ist er da sieht man die füße ne oder die pforten aber die sind natürlich dann auch schwarz wie die aber es kann auch sein der ist hier braunweiß das sieht mir so braunweiß aus was ist denn da los ist da eine heißleine dran oder so habe ich schon mal gesagt das macht man bei kaninen sonst gibt es nicht es ist kein hund oder katze man weg damit das ist auf jeden fall in thüringer schlappohrkaninchen also thüringer zwerg schlappohr oder wie man das nennt das ist schwer das ist schwer zu sagen dass ich auf jeden fall noch ein jungtier sieht komisch aus ganz langes fell am kopf ich bestimmt irgendwas wieder gekreuztes mit dem löwenköppchen community schreibt löwenkopf mix war auch meine erste wahl hier haben wir wieder ein kaninchen was fellwechsel hat ist aber auch ganz schön komisch dass der hier unten eine braune stelle hat es ist ein reinrassiges kaninchen weil dieses kaninchen hat im löffel in tattoo drin das bekommen nur reinrassige kaninchen es kann vieles sein das ist auf jeden fall eine blaue riesen schecke oder auch ein deutscher riesen blau weil der hat ganz riesen löffel und ich tippe dass das ein deutscher riesen blau ist hier tut dass ich gerade die foto putzen weil er wahrscheinlich dieses loch hier gegraben hat so das nächste foto das sind doch hier die roten bären hier das ist ja ein strauch warte mal johannis berl strauch genau wissen wir nicht das sind alles beide irgendwelche gemischten kaninchen lotta schreibt für englische widder sind die ohren etwas zu kurz das ist das ist eine kaninchenrasse die überhaupt nicht gut aussieht so das ist auf jeden fall bei einer kaninchen ausstellung gemacht wurden das foto und es muss auf jeden fall eine reine rasse sein hasekaninchen genau da haben wir's hasekaninchen rotbraun hasekaninchen rotbraun genau super die community ist heute wieder top das weiße kaninchen sieht mir so reinige schecke aus naja komisch kann auch sein dass das eine chaplin kaninchen ist ich hoffe nicht weil ihr wisst chaplin kaninchen leben die lange ich habe selber schon mal eins gab früher manche kennt die von anfang an dabei sind das linke kaninchen genau aber das hier hat in der mitte das feld erinnert mich das ist so ein kurzer ach hier das ist club in mader kaninchen das in der mitte mader kanin an die braun heißt die farbe müsste das sein ich denke mal habe ich bei kaninchen ausstellung auch schon mal gesehen aber warum braun wenn das so bläulicht ist komisch das ist ein schönes kaninchen die farbe die haben wir letztes mal gehabt also die community die kriegt heute ein ganz ganz fettes lob von mir das ist ein schwarz kranen also das sieht cool aus also das ist eigentlich weiß und dann die spitzen vom fell gehen so ins graue und das sieht richtig cool aus habe ich auch schon mal auf der kaninchen ausstellung gesehen tja was ist denn das da habe ich ein großes fragezeichen habe ich keine ahnung community schreibt farbenzwerg mix schätze ich auch aber mit was es gekreuzt wurde keine ahnung eine deutsche riesenschecke schwarz weiß auf jeden fall noch ein jungtier ich schätze mal das ist hier vier bis sechs monate alt so sah da fred nämlich auch mal aus so klein das ist ein lo kaninchen das nächste kaninchen tja bestimmt irgendein mix wieder das habe ich gar nicht gerade gesehen ist seine toilette im katzenklo und man sieht ja wie das kaninchen hier so drangeknabbert hat am plaste ist ohne so schön wenn er das plaste so an knappen und danach frisst oh boah hallelujah also das ist bis jetzt die beste auflösung bei eben foto hier von den ganzen fünf teilen krasse augen wie glasaugen aber richtig geil aber dieses kaninchen hat auch fellwechsel glaube sieht man hier überall die verschiedenen farben kaninchen leider kann ich bei dem bild nicht ranzoomen oder weil der hat andere augen wie dieses kaninchen auf jeden fall mega geile augen habe ich noch nie gesehen hat jemand auch ein brett an die wand geschraubt damit die kaninchen hochgehen wie bei meiner trick sie irgendwas mit chinchilla farbig vermute ich mal auch wenn das hier so aussieht das sind glaube ich keine löwenköpfchen das ist irgendwas hier gekreuzt ist lol hä aber der hat doch nie mit löwenköpfchen zusammen gekreuzt das verstehe ich jetzt das ist der gleiche stall also das ist auf jeden fall hier die mutter von den kindern vielleicht irgendwas gekreuztes da haben wir ja wieder das kaninchen was wir am anfang gesehen haben bei der kaninchen ausstellung holländer japaner farbig weiß geil das ist doch die rasse ist wirklich so holländer japanig weiß bitte merken ich merke mir das jetzt auch ab sofort das ist eine englische schecke dreifarbig wie so eine englische schecke weil die ganz viele kleine punkte hat viel mehr punkte als eine rheinische schecke das ist auch eine englische schecke aber hier schwarz weiß und hier haben wir ein kaninchen was ja niggerchen macht das ist ein deutscher riesen schecke schwarz weiß wird gerade mit einer mürre gelockt was ist das hier unten unten ein kleines kaninchen da seht ihr mal wie groß eine deutsche riesen schecke ist neben den kleineren kaninchen das ist schon heftig also die riesen schecke sind manchmal größer wie katzen da haben wir es auch wieder ich komme jetzt nicht drauf genau das ist eine mantel schecke dreifarbig habe ich nochmal nachgefragt community die community sagt das gleiche das ist ein süßes foto ähm dreichler borkaninchen das rechte ist ein fe japaner mhm kenn ich gar nicht aha das in der mitte ist eine wild mantel schecke ein bisschen verschwommen kann man besser machen das foto wenn man ranzoomt äh das ist auch ein mini lobe wahrscheinlich hier blau die farbe hier hat der halter mir geschrieben der weiß nicht ähm aus was der gekreuzt wurde also ich hoffe das sieht man hier gut das ist ein kleinsilberschwarz es gibt aber auch ein großes silberschwarz und ähm der wurde ja mit einem weißen kaninchen gekreuzt und da ist das nämlich draus entstanden wildfarbig mantel schecke ja community schreibt das so das ist ein schönes kaninchen ähm ein löwenköpfchen japaner farbig das ist ein löwenköpfchen japaner farbig weiß wie die rasse hier nur ist das ein löwenköpfchen das müsste eigentlich jeder kennen das ist ein heller groß silber oder auch ein kleinsilber sind nur die großen immer unterschiedlich dein martiner zwergrex äh die community bei teil 5 ist heute bombe zwergrex ist dein martiner schwarz weiß da haben wir davon zwei stück super tja was ist denn das ich denke mal das ist gekreuzt könnte wahrscheinlich eine klein schecke sein oder eine große deutsche riesen schecke schwarz weiß und das ist genau dasselbe nur sind die einfarbig habt ihr ja bei meinen videos auch gesehen wo der fred und die blue sich gepaart hat ähm da kam ja auch einfarbig schwarz heraus und hier ist genau dasselbe ja hier ist er einfarbig schwarz das ist eine deutsche riesen schecke nicht verwechseln mit alaska kaninchen sieht genauso aus aber das ist hier eine deutsche riesen schecke nur halt einfarbig schwarz ein deutscher riese wildfarbig boah das sind riesen kaninchen das sind ja die größten kaninchen der welt ein löwköpfchen japanerfarbig hier sieht man noch mal das fell viel besser von den japanerfarbigen das ist eine rheinische schecke mama mit kind das sind viele kaninchen auf dem foto so da fangen wir mal an da haben wir auf jeden fall wieder die rheinische schecke das hier ist glaube ein burgunder kaninchen das kann sein dass das blaue wiener oder marburger fee könnte sein die drei mit einer schecke zusammen keine ordnung was das ist aber die meisten hier also die die sind gemischt diese kaninchen habt ihr glaube ich schon mal in meinem video gesehen und zwar sind diese kaninchen vom chip vom jason wilder paradies kennt er denn noch das letzte kaninchen ist gestochen scharf sieht lustig aus der hat auf jeden fall glaube fell wechsel so wie es aussieht ist das so eine zwerg mantel schecke wird farbig also das ist glaube eine mantel schecke thüringer farbig weiß damals kaninchen von euch von das waren wieder kaninchen von euch ja eure kaninchen teil fünf ihr könnt auch wieder reichlich foto schicken bei instagram schutzig es offiziell wer kein instagram hat gern die e mail schreiben ja und die besten fotos werden dann mit in das video reingenommen also macht reichlich viele fotos und wer auch fanpost schicken will ja ihr kennt noch fanpost schicken dann müsst ihr mir bei instagram schreiben oder halt bei e mail bei instagram habe ich die adresse gepostet müsst ihr mal gucken bei irgendeinem foto oder youtube community müsste das auch sein wie gesagt schickt fotos für teil 6 eure kaninchen fotos und wir sehen uns im nächsten video wieder 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 schauen reingehauen ciao ciao